weil ich einfach nicht die sache studiert habe was soll ich die sagen soll ich jetzt meinen gelüsten die was erklären schäm dich für diese aussage ist mega vielleicht hat dies leicht verstehen es es kann der leichte sein diese dreckige türkische flagge er ist aber agnostiker hat er gesagt dass er agnostiker ist wir haben keine angst mit rauer zu sprechen kommen ich erkläre mir was handel wer mit diesen leuten sitzt da fürchte die uns davon dass der fluch der auf ihnen ist dass er auf uns übergeht wenn wir mit solchen dreckigen leuten sitzen und mit euch wurde schon früher geredet und mit euch wurde ja nie es wurde auch früher gehandelt wenn du weißt was ich meine es wurde nicht nur geredet ich denke du hast gehört was in schämen und besuchen das sind deine brüder gewesen oder seine er hat sich als screenshot gemacht er hat sich Es ist so.